hau hau moooong leute was geht ab willkommen bei neuen Livestreamismus oh yeah warte ich muss kurz gucken ob man dich hört hast du eingestellt? ok gut nicht dass ich das so später anhalt dass ich mit mir reden würde ich bin echt dreckig gelandet digga also ich bin jetzt direkt tot ich hab eine angel digga oh we can quit this game bro like it's already over cause i got no weapon bro i got no weapon ok now i got a bomb i got no weapon i got no weapon i got no weapon please help me oh i got no weapon i got no weapon oh netkit digga ah hier ist ein gegner hier ist ein gegner hier ist ein gegner hier ist ein gegner es hora de gener es hora de gener oh i got sniped i got sniped bro from the back i got sniped oh god es urah es urah urah es urah 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 de comer man hat enichtem minis bro oh i go Waaaaaht ist so ja noch mal erst mal ein paar die einstellungen und danach zulassen dass seine stimme geteilt wird dieser typ den ich dazu gucke spielt auf 360 fps auf partie einstellung es wird nicht jetzt müssen wir mit dem kran hast du war das aus ja es es is schreit fahrrad uge, auf der weg, bitte ok wo landen wir die Toiletten? ja 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 es war der motherfucking good man hey I swear I'm gonna break my monitor I swear I'm gonna break my monitor I swear man I'm gonna break my monitor I swear you're gonna fix your servers bad I swear I'm gonna break my monitor I swear ich bin ich hab noch leid als keine Ahnung was bis noch nicht gelandet doch bist du nicht gelandet aber ein geschnockt aber noch so geht er wurde geschminkt ich bin ich tot bin ich tot würde ich die hey 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 naja hey hey if I oike this car on the glide don't worry about target day I'm gonna tell you let's go into the toilet no toilet into the toilet let's go into the toilet okay this was the biggest mistake in my life I go right back If i crash this car onto the glide don't worry about target den swing up the 40 why why you leave me brother you wanted a rag you wanna die and i always i am oh he sucked so much the dick and the more if i keep crashing this car into the glides don't wear my cargo in here i wanna suck 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 get me through the door get me through the door get me actually through the door nur um die 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 vorhanden ich bin ich nicht wie sie wie sie die sie die das geht ja wann jetzt jetzt nein weißt du wenn du ich meine stream abricht dann muss ich neuer machen ok sag du einfach wann man mir geht er machen soll ja lass noch eine runde danach geht hier ok never crash this car into the glides don't wear back haget ne 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 Ich komm sofort. Shift. Es ist eine. Shift. Kennettet. Ich mach mich nicht so schnell. Ich denke ich zu kurz, aber erst werde ich endlich enden. Ich denke es ist eine. Ich habe mich die Nummer ab. Das ist ein. Aber ich mache mich! Ich bin da unten. Ich bin da oben. Ich bin da oben. Hier heim! Shift. Das ist eigentlich ja. Shift. Aber Christ is gone, not flat. Don't worry about turning it, danny-ay. Oh shit, ich hab das gelandet! Wurzeln wird sich nicht mehr die Schmerzen die Schmerzen die 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 landen viele doch um 200 die kunden hallo hallo hörst du mich nicht normal richtig wir haben uns nicht geantwortet das recht genannt worden soll ich sagen cool ich habe gesagt hörst du mich war gegner da euch gerade ganz kurz das ganze begleitet darüber kann ich sterben mancher beste wenn ja wenn du diese schuhe kriegst und die bei dir geliefert werden sie die nicht an diesen hässlich für mich nur bist du ich könnte so ausrasten oder erst so schrecklich wie 23 23 im augen 72 ich weiß nicht okay okay ich bin der beste der kreis ist gar nicht mal hallo 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 you wanna know this my hardest corner ist noch eine schmisch so gut dass sie beide jetzt umgebracht damit er kommt wenig auf den gegner mit ansaige ist das gerade um ein gott grüner ich sage bürger ich muss morgen kommen entweder unter kämpfen ich muss drei adressen machen drei fucking adressen ich bekomme also ich habe nur ein geräte nutzen ein e-mail ja kann passieren und auch bei einer sehr komplizierten einbekommen in seinem handy machen wir zusammen dann morgen aber wenn du das machst ne schließt apps und alles also schließt angewendet ist egal können machen warum wusste ich das doch nicht aus der kiste vergeben aber jetzt hier macht augurino nämlich einfach drei w ist jungen drei w ist zwar 300 euro mehr aber einfach 1500 profit ja wenn du so dreimal gewinnt ja hier sind es gleich ist die aber ist der internet schnell genug zu hause normal ist die so der ecke von mir das macht also doch als direkte verbindung und morgen früh ist glaube ich sowieso jeder noch bei dir wollen wir wie morgen will kriegen ich schwöre mein leben aus dem offen die beiden kriegen wie das ja so kann ich glaube wenn ich wenn ich mehr als drei wenn ich mehr als wenn ich mehr als drei w ist kriege dann halte ich ein ein sogar also benutze ich dann halt dann lasse ich mich selber wenn ich halt um ist mir 9 uhr ist dass man einfach nur zwei klicks machen als man sohn aber zahlung informationen aber machen ich kann man da hast du schon eine karte und nummer und so alles eingegeben ja er macht das aber morgen das ist weiß nicht bei mir war das am anfang so bevor ich noch kein weh hatte gegen immer dieses ding weg also zahlung informationen deswegen immer von alleine weg das heißt morgen früh bevor du noch bevor du denkst das teilnimmst macht davor erst mal wieder unter einstellungen ganz zahlungsinformationen merkt ihr das okay weil ich weiß nicht ob das immer noch so ist aber das geht immer automatisch weg einfach heute auch gesagt das ist immer das paywall wenn man irgendwie die abschließend weg geht ja das sind das geht weg weil du noch und weil du hast dich da angemeldet aber hast nichts gekauft aber wenn du schon mal was da gekauft hast dann bleibt das angemeldet weil du weißt weil du von dort schon mal was bestellt hast das lorna oh splashies minis Das ist gut, dass wir uns richtig geil unterhalten würden. Das ist krass geil. 5, 4, komm keine Bisse, bitte, bitte. 3, 2, du bist der Bisse. ich habe es genommen digga komplett von hinten bis vorne kopf genommen hier sind noch biggies alles an ihr könnt zu werfen was gleich ist hatte nur ein was wir also ich muss morgen auf ipad machen da muss ich internet überall spiel also links die anderen anwendungen wenn man ein einziges und 100 euro 100 euro das macht nur 100 euro reichen stimmt dann kann man schon wieder kriegen für die nächsten releases so du bist dann motiviert verstehst du war das so eine krasse story ja wir alle seine w's bekommen hat und schärfer du bist wie hoch du schaffst das richtig weit zu kommen danach kommt sie so ein gaming pc die ist ja ja aber dauert erstmal dass man überhaupt genau perfekt das geld dafür gesammelt hat für ein gaming pc ohne goldene hebel wo ich die nehmen oder eine tag euch hier sind auf tex ich hab schon sechs hier wurde noch das immer hart scroller machen das andere ideen wie sie knapp oder die sich mit da hat das ja so geil wird einer von uns gewinnen würde ich beide bei den beiden gewinnen der felger trieb haben wir zwei drei wg ist mehr der für so schön so eine woche später ich muss meinen omas adresse nehmen und mein ob das morgen ein weh wird man ist die größte frage der welt ich muss meine schlösser lang nicht wie oft es gibt aber da wird sehr sehr schwer sein zu kriegen davon dass du diese feier jetzt bei dem video die schule die gezeigt haben wir haben dass sie auch geil dieses video was durch das heute gezeigt habe ich das anbox würde würdest du dich auch so tragen jahre würdest du diese feier jetzt direkt gegen eine fegte kurs täuschen das waren schon krasse schuhe so viel blühe so viel blühe so viel blühe neue Verwaltungsgeräte in der Nähe ich war noch kurz vorliegen ja aber dann sind die zehnmalen ich habe können es nicht nur direkt wo es noch nicht immer nur auf die Fahne 28er der Worte mehr als ich in Städte und 28er das ist die ganze auf tostatur gespielt gerade um so die ganze schifte schiff es sei das war ein sohn gekommen oder arabisch das politische die kinder und mann draußen in barbatech hast du ja direkt findest du goldene hebel krank ja mann ich weiß ich bist du damit besser als mit goldene zählte und hier wurde ein oder ist zu machen über das geht so den ausstrahlen es hat egal wer besser im morgen einfach ein wenig in den kommschung und ich morgen den weg regeln war dass sie dass jeder hier der super grau die sonne wiener 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 ist einer ich Das ist in meinem Leben. No homo. No homo. Dad? You wouldn't know this, in my heart. It's cold in my home. I thought broken. I tried to get high. I tried to get high. She dropped the beams. And I go sky. Ha 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 ha. And we'll have my money. Ha ha ha. So. Okay, love you. You. You, my dickster. Oh, here's another slagery. Pass on. I go to the high point. You can just walk through the doors. Oh, here's another one. What's going? Da. Pass auf. Ich habe ihn einmal gehitzet sogar. Ja, one shot. Komm her. Ich mach mal. Jo, what an old is. Ich mach mal. Ich mach mal. Ich hab krank op. Zwei Waffen weglegen dafür, ja? Hm. Warum nicht? Hey, die Sonorino. Ich hab' die Splash-Kanone. Ich hab' die Splash-Kanone. Oh, zwei Gegner. Ich hab' die Splash-Kanone. Ich hab' die Splash-Kanone. Oh, zwei Gegner. Ich hab' die Feiten sogar, Digga. Das ist ja das Gute. Ich geh' von Link zu gehen. Oh! No. 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 Nein. Die Bootsdigger hinter mir, Scheiße. der reingesetz der reingesetz ja ich habe ihn so lecker gekillt was geht es 5 5 1 ehrlich was ich hab das jetzt 5 oder 6 ich dachte ich hab komm in die letzte runde hey das kann doch nicht anders ich dachte du brauchst ja so 5,6 stück weil du warst ja vor dem 1 2 3 oder ich hatte 6,7 kills wie geht das hier ein kill habe 1 durch fall damage und den 1 wo der lower und auch den 1 von da hinten ich darf morgen keinen weh kriegen man das heißt wenn ich einen weh kriege 1 l meinte ich 1 l ich hab gar nichts gesagt man gar nichts jungen du musst morgen nicht du darfst mich morgen nicht enttäuschen mein baby ich hab sogar noch die sneakers ab hier drauf aber ich bin so doof ne vielleicht hatte ich sogar early access das ist jodame jepa märzopern ah das ist sogar oh gut ich hab einen anderen account hier drauf super super ok morgen der danklo blutschill mal mal öl mädchen w mal 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 h mal mor Richtig fettes L Herr Horan, Horan ist gerätlich noch ein Gerät drückt um 9.30 Uhr Teilnehmer nicht gewinne Boah ein ganz ganz dickes L Schiff You would know the summer high school home ich würde mich auf neue Job für dich auf diese Freunde gleich gönnen uns beide noch mal Gunn gehört dazu Krass wäre das wenn wir beide kriegen, das wäre so krass G steht für Gunn, Junge Ah, ich muss David fragen, ob ich seine Adresse kriege Sieben, das weiß noch einer Dann muss ich mir seine Adresse, dann kann ich auch da Es wird ja nicht Ja, Junge, er hat so viele Bots, ich schwöre für mein Leben Kostet das Geld? Ja, ne? Ja klar, er hat das gemietet, 50 Euro nur für einen Job Wenn er keinen Weg kriegt, dann ist das so traurig Er meinte selber so, es wird schwierig, aber Er hat halt Bots, ne? Boah, so low Also ich hoffe für uns alle, dass wir irgendwie einen Weg kriegen Der Horam ist das irgendwie nichts Neues Boah, ein weh morgen wäre so geil, ne? Ich schwöre mein Leben Ich hoffe, Junge, wenn du schulabschluss hast, du hast ohne Minijob irgendwie, ne? Ohne Abitur, du kommst mit Resale-Geld einfach nur an Du hast mit Resale-Geld an Krasse Kramotten Krasse Schuhe Boah, stell dir mal vor Boah, stell dir mal vor Du hast so einen Sohn Resaler, alle sagen so Ja, mein Vater ist A Mein Vater ist, äh Keine Ahnung Mein Vater ist, äh Polizist Dann kommt mein Kommt dein Sohn Ein Vater sagt Resaler Und du hast einfach am meisten Geld von allen Weg Ja Aber was mich frage, ne? Wie hoch am den, äh Off-White Jordan 6er bekommen war Digga, das ist so fucking krass Auch wenn du morgen keinen Weg kriegst, ne? Würdest du einen anderen Releases trotzdem machen? Warte, ich muss nicht gerade verstummen, äh Sag mal nochmal Äh Wenn du, wenn du morgen keinen Weg kriegst Verlierst du die Hoffnung Oder würdest du dann noch bei anderen Drops wieder versuchen? Ey, no joke, ich geh jetzt kurz auf so Gange Ja Keine Ahnung, wo's den Linken Gange Wie würde du die Sachen gelähmt? Gange Gange Das war's für heute. easy club hey yo mr. what are you doing mister where's your loot mister I want you to oh there is the Newton mr. oh look they also did any good plant important yeah 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 Okay. 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 Das war's für heute. Oh. Elias. Moin. Ich habe gerade zwei Duos Hubs genommen. Aha. Ich hab da Fische überall. Ich dachte du kommst vor der Zone nicht mehr zurück, deswegen hab ich da überall Fische gedroppt, falls du noch mal kommst. Ah, Fanker. Ich weiß nicht, dass die Fische liegen, ne. oder das gegner das gegner das gegner bei dem ja die sind auch diesen hochgegangen diesen hochgegangen ich fand ich den puls durch den hebe ich hab dann wieder an ich sehe die nicht die sind auch der taten wir müssen zu tun bruder jetzt diesen hier nur mal nichts geht warum schiff der reichern er hat mir jetzt 31 wird geschluckt ja das nur einer däger kommen mit lambo und fast genug fast genug sehr sehr grau kann ich hier noch er hat mich so getrafft und gebossen er kriegt ich habe einfach null kills stobol stobol komm 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 schon am eck er war 3 zu 1 hat irgendwie nicht so oft wieder hat er doch was schon 30 30 ich habe ja 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 Royale Fortnit about to get down and I got down and I got that when they're gonna love out baby number one victory Royale yeah Fortnite about to get down Ten kills in the board right now just land up to mate it down you're for it never get down du 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 du. Nummer 1 Liter E-Royale ja fortnat wir about to get down 10 kills on a board right now WE'LL JUST LAND UP TO MATTER TOW Ja, we are running now nu na 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 Hey warte, was ich bekommen hier irgendwas schönes zu schmangen Na und schlürfisch für dich und ich machte dir ja in der sohn ich habe du machst so in einem monat so so viel wie ist das insgesamt so 1000 1000 bis 1500 euro gehörst du hast ja eine ps5 kaufen oder ein pc oder irgendwas an die hier für 1500 aber wenn du jetzt den ersten 1000 euro machen das wird es direkt verschwinden nein ich würde erst mal noch mal ich will bis 2000 machen wenn ich seit 2000 haben 1500 euro game pc und danach der weiterentwickeln danach verliegt so richtig krass und ist jetzt so viel wo ich würde sagen wir auch so ein bot kaufen für 50 euro ja aber es ist für den mehrere was für ein wundert oder nein ich weiß die der kanal ich hoffe du bist so 50 bürzeln haben so ein weh und ein zimmer voll mit schuhkartons aber dann muss man damit da muss man extrem viel bezahlen nur 50 bots alle weh oder 50.000 euro natürlich auch ein schuh 400 euro und rief sind pro schule 4500 so du machst du holst du kriegst 50 w ist ein schuh kostet 100 euro das heißt 5000 und du machst 400 profit das heißt du musst vier mal 10 40 dann machst du 4000 euro profit jungen das heißt du kriegst von 5000 ausgabe 9000 zurück das ist ja auch nur einer und die sonne rino macht auch ein bisschen ja noch einer es geht's over not figure out ich habe ja schon müssen genauer ich komme von mir vor ja fortnacht bibel für die Ja, hier würde ich es nicht Danke, es ist eine Bottle right now, es ist right up to me Right now, es ist eine Bottle right now Ah, hier, 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 hier Wurde ich auch unbedingt Hast du hier hast du, äh, Blue Life Thank you for the happiest year Oh, I do, I do Oh, Shield Crack Ähm, mhm, mhm Digga, du bist aber so Müll Irgendwie scharf jetzt auch diese Scheiße, Digga, dann sind die bis hin Oh, ich kann sogar noch mehrere mitnehmen Wichtig Just like up to me Just like up to me If I could just accept the end All I can do is open I don't like that, I don't know Ja, never want me to me Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Hey, du musst du wirklich, dass du mir kommt, aber das andere, ne Hab ich genug? Oh, der Mann wurde gebankt Oh 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 ja thank you for the happy thank you for the happy es steht dann auch die zeit also 2 das ist 7 uhr das ist 2 eine stunde 90 ich glaube noch ein paar sekunden naja nochmal nachkriegen ich habe noch ein paar arbeiten ich habe noch ein paar der schuhe sind halt nicht so alt oder doch ja doch die denken dann sind ok ich warte bis hier fertig und wann und wie lange dauert das bis man weiter gewonnen hat 15 minuten boah jungen wird dir alles abgebaut junge boah diga ich freue mich irgendwie übertrieben krass auf morgen ich mache mir jetzt einfach schon weg ich mache mir einfach 10.000 weg hast doch mir 7 uhr 7 uhr 1 7 uhr 3 7 uhr 28 uhr 8 uhr 8 uhr 8 uhr 8 uhr 10 uhr 8 uhr 15 5 uhr Zeit she's trickled up you know he's burning ich bin einfach so ein gangstermann wie es noch nicht und ich will mich hauptpäbiger was ist ja aber unbedingt dann erkennt aber du bezahlt das alles selber ne neulich tun also wie die master das hast du hast du ein schlumpenkopf wie hast das gemacht wieder über dein fahrt das kredit hat das eigene mein mutter nun aber auch das ist ja nicht ab nur so zu sagen rau wir haben was nicht erwarten jünger was habe ich euch angetan dass ich mich so bohr letzter und k k über die erste besucher war abgabe wenn du nicht direkt bist, dann bin ich die Aro Unsöhne, Junge Egal, das geht ja auch schön, ok? Ok Einfach was für ein Kuss aus, Digga, wir sehen uns gleich ein Sch...